Die ist gerade entwischt nach draußen. Ist das eine Marke? Die ist süß. Die ist süß war. Schaut man, die Jäger sind doch alle offen. Ich bin nicht so ein Schreckenhainer an, hier. Noch ein Kerljackali? Ja, ein paar Sonnenkerne. Das auch mal. Ach Rani, iss doch die Nasen nicht. So, geh mal eine extra Tüte holen. Ja, die sind mit dem Futter zusammen. Die schmecken eh nicht mehr. Die sind süß. Erstmal markieren. Ja, ist ja eure Buddlebox. Jimmy ist am Futter. Na, Jimmy Bär? Jimmy verfällt. Der kommt nicht mehr rum. will nicht fressen. Ja, ja. Jimmy frisst alles auf. Lass, wenn er nicht möchte. Die ist zu. Nee, die ist zu. Die ist zu. Oh, ja. Ein Wiesentone. Da ist sie. Da ist sie. Da ist die Süße. Na? Süßmännchen. Na, Jimmy. Na, Jimmy. Na, Jimmy. Was denn nun? Traust du dich da nicht rein? Na gut. So, ich muss weitermachen. Ich muss die anderen noch im anderen Gehege reinsetzen. Ach, schrubben vorher. Komm. Lass sie. Hallo? Nee, anfassen mag sie nicht so sehr. Wie ist da so ein Rühren? Ja, lass sie meckern. Die werden sie schon beruhigen. So, wir müssen noch mal die Leider, die anderen, weitermachen. Du, 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 du.